Hallo zusammen, willkommen zurück zu Kotlin. Heute geht es bei den Tests um die Testüberdeckung, die wir hier letztes Mal uns schon generiert haben. Ich muss hier allerdings ein paar Worte dazu verlieren. Zunächst einmal, ihr müsst das Ganze nicht so machen. Ich lasse jetzt einfach nur mal das normale Kotlin, äh, das normale Kotlin-Skript laufen, ja. Und wir machen das hier mal zu, diese Coverage. Ja, und ich sollte vielleicht hier meine Run-Configuration umstellen auf Main-KT, okay. Dann gehen wir hier drüber und dann sehen wir hier Hallo Welt. Das ist der ganz normale Output hier. Und wir haben hier eben noch diese eine Klasse, die einfach quasi, naja, ein A, das wir hier in Foo reingeben, plus 42 ausgibt. So, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen selbstverständlich diese Klasse testen. Und das haben wir hier in MyClassTest schon quasi implementiert, okay. Was wir aber nicht haben, ist, wir wissen nicht, wie viel von diesen Tests wir eigentlich gemacht haben. Und deswegen gehen wir hier auf dieses kleine Schild, das uns dann für unsere Tests unsere Überdeckung abgibt oder ausgibt, ja. Das bedeutet, wir wissen danach, wie viel von unserer Main.KT-Datei wir eigentlich überprüft haben. Also, wie viel wir davon auch wirklich getestet haben. So, ähm, das heißt, wie viel des Codes auch wirklich gelaufen ist. Und jetzt wird es ein bisschen knifflig. Es kommt hier oben auf eure Run-Konfiguration an, okay. Das heißt, wenn ihr hier jetzt Main.KT laufen lasst, dann gibt euch dieses Tool, dieser Schild hier drüben, äh, dieses Schilddingens hier, nur aus, wie viel von eurem Code quasi überhaupt gelaufen ist, ja. Das heißt, wenn ihr jetzt das hier startet, dann seht ihr hier automatisch, hey, eigentlich habe ich Main oder habe ich diese MyClass hier nicht ein einziges Mal verwendet. Wir sehen hier an der Seite diese grünen Balken. Das bedeutet, dieser Code ist gelaufen, der mit den roten Balken ist nicht gelaufen. Das heißt, das ist eigentlich keine Codezeile in dem Sinne, das ist einfach nur ein Einsprungpunkt, ja. Und hier bei MyClass sehen wir, okay, der Konstruktor für MyClass, der ist quasi in dieser ersten Zeile drin, wo wir die Klasse auch definiert haben, der ist nie gelaufen. Das heißt, wir haben nie ein MyClass-Objekt überhaupt erstellt. Und diese Foo-Methode hier, die ist auch nie gelaufen. Die ist auch rot hier vorne. Das heißt, wir haben auch nie in unserem ganzen Code, ähm, haben wir diese Foo-Methode aufgerufen. So, was wir aber getan haben, ist, wir haben diese Main-Methode hier laufen gelassen. Und warum ist das jetzt relevant? Nun, da seht ihr zum Beispiel, wo toter Code von euch liegt. Aber das ist eigentlich nicht der Punkt von diesem Tool. Das ist nur so ein netter Buy-Effekt, den, das könnt ihr quasi bei jeder Run-Konfiguration hier laufen lassen. Wo ihr dieses Schild verwendet, seht ihr, was ihr alles überdeckt habt. Das heißt, wo überall euer Code war. Natürlich, wenn das komplexer Code ist, dann könnt ihr nicht direkt durch einen Standard-Durchlauf sozusagen alles automatisiert hier ausgeben. Im Normalfall habt ihr bei einem normalen Run auch nicht wirklich alles an Code gecovert, ja. Das heißt, nicht euer kompletter Code läuft. Läuft, ähm, nehmen wir einfach mal an, ihr habt ein, zum Beispiel unser Text-Adventure von letztem Mal, ja. Da hatten wir eine 20% Chance, dass wir überhaupt ein, so, dieses, dieses Schwert des Zerstörers droppen, ja. Das heißt, wir konnten unser Schwert des Zerstörers nicht immer bekommen. Wenn wir Pech hatten, haben wir das nie gekriegt. Und deswegen haben wir auch dieses Schwert des Zerstörers, den Code davon natürlich, eigentlich eventuell nie aufgerufen. So, und das ist natürlich jetzt so ein Punkt, da, naja, da weiß man natürlich nicht, ob das überhaupt sinnvoll ist oder so. Wo dieses Schild allerdings sehr, sehr sinnvoll ist, ist für die Tests. Und das bedeutet, ich gehe hier einfach mal auf My Class Test und lasse diesen Test hier laufen. Okay, das heißt, wir lassen jetzt diesen Test laufen mit Coverage. Wir können hier auf dieses Play-Dingens klicken und dann Run My Class Test with Coverage. Oder wir können auf dieses Schild hier oben bei der richtigen Run-Konfiguration gehen. Das heißt, My Class Test auswählen und dann dieses Schild hier drücken. Nicht einfach nur den Play-Button, sondern auch dieses Schild. Und dann bekommen wir die Überdeckung für diesen Test hier. So, wir können jetzt diese Überdeckung hier quasi, naja, ähm, wegschmeißen. Also, das heißt, wir können es replacen oder wir können es hinzufügen. Das machen wir gleich, ähm, das will ich euch nachher zeigen. Wir machen jetzt hier das hier erstmal so zu, als wäre es nie da gewesen und lassen das so laufen. So, und jetzt sehen wir hier, welcher Code eigentlich gelaufen ist, ja. Da sehen wir, My Class ist zu 100% durchgelaufen. Main-KT ist nie gelaufen. Das heißt, also dieses Ding hier wird am Ende in eine Datei namens Main-KT gesteckt, weil man in Java die Datei normalerweise drängt. Also, das hier ist normalerweise Main, das trennt man. Und das hier ist normalerweise in einer separaten Datei, die wir eben normalerweise nach unserem Dateinamen benennen. Das heißt, das Ding wäre dann My Class, okay. Und dieses My Class ist jetzt hier zu 100% getestet worden. Wir sehen es hier an den grünen Balken. Das hier ist also getestet worden im Endeffekt. Und wir haben auch den Konstruktor gebraucht. So, aber für diese Fun-Main haben wir keinen Test geschrieben. Der ist einfach nicht durchgelaufen. So, aber da brauchen wir ja auch nicht wirklich Test. Das ist ja einfach nur ein Printline in diesem Fall. Und das heißt, die 100% Überdeckung hier, die ist sehr, sehr gut. Ähm, ganz kurz zu dieser Überdeckung. Normalerweise möchte man eigentlich eine Überdeckung von zwischen, naja, normalerweise sagt man 80% ist das untere Limit. 90% ist wirklich solide. Und wenn wir über 90% sind, ist das wirklich, wirklich gut. Das heißt, ihr solltet mit euren Tests 90% von eurem Code eigentlich überdecken. Mindestens am besten, je mehr, desto besser eigentlich. Aber mit 80% gibt man sich meistens auch zufrieden. Das heißt, nicht euer kompletter Code wird, also weil ihr natürlich überall Ifs haben könnt und so weiter und so fort, wird normalerweise nicht euer kompletter Code überdeckt, aber eben ein Großteil davon. So, jetzt gehen wir nochmal her und nehmen einfach mal an, wir haben zwei Tests, okay. Ähm, dazu mache ich das Ding nochmal zu. Wir haben zwei Tests und wir wollen diese beiden Tests ausführen. Das heißt, wir machen hier das Schild für unseren normalen Code und dann machen wir das Schild für unseren Test. So, und dann können wir hier das Ganze hinzufügen oder ersetzen, aber wir wollen es natürlich hinzufügen. Das heißt, wir sagen Add. So, und dann sehen wir hier, wenn wir das mit jedem Test machen, das heißt, wenn wir alle Tests laufen lassen, also, dann haben wir hier eine Abdeckung von 100% von MainKT und 100% von MyClass. Das heißt, damit haben wir quasi alles überdeckt, weil ihr wahrscheinlich nicht alles in nur einen Test reinlaufen lassen werdet, okay. Aber normalerweise werdet ihr sehr, sehr viele Testklassen haben, die dann eben unterschiedliche Dinge testen. Die Dinge heißen nicht umsonst Unit-Tests, weil sie eben nur eine Unit, eine Einheit von eurem Code überprüfen. In diesem Fall soll dieser Test nur MyClass überprüfen. Deswegen heißt er MyClassTest. Ja, das ist diese Klasse hier. Und eben keine anderen Klassen. Wenn ihr allerdings noch mehr Tests hinzufügt, dann habt ihr natürlich hier mehrere Run-Konfigurationen und so weiter und so fort. Das heißt, da werden dann eben mehrere Dinge getestet. So, ihr könnt natürlich auch einen Runner bauen, der dann eure ganzen Testklassen auf einmal sozusagen durchgeht. Aber ihr könnt das auch so machen. Ihr könnt das auch über Gradle machen und so weiter und so fort. Aber ich zeige euch hier quasi erstmal nur die Basics. Und ja, nächstes Mal schauen wir uns an, wie man eben mit diesen Tests noch vielleicht ein bisschen mehr machen kann, als nur das hier, weil das hier oftmals nicht ausreichend ist. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao.